Es ist wieder soweit, Jan Tenner. Mit Folge Nummer drei, der Gregor ist da, der Denzel ist da. Du weißt genau, wofür da steht, Gregor. Wir alle wissen's, es darf wieder gespritzt werden. Wir freuen uns drauf. Auch hier mit Jan Tenner. Und jetzt kommt ein Kick-Ass-Intro nur für euch. Danke wieder mal an dieses wunderschöne Dubstep-Intro. Ist schon ein bisschen älter. Es ist nicht von uns, möchte ich sagen. Ein paar Leute haben gesagt, haben die Rocket Beans aber einen geilen Beat hingehauen. Ist einiges schon ein bisschen älter. Ich wünschte, es wäre von uns genau das. Die Leute wissen nicht immer mehr, was Dubstep ist. Stimmt eigentlich. Was sind diese komischen Stücke Plastik, die da im Intro durch die Gegend fliegen? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was muss das denn sein? Das waren CDs, kennt ihr heute nicht mehr. Ach so. Wir haben eine großartige Folge vor uns, glaube ich. Wissen wir noch nicht. Und des Covers. Naja, aber zumindest, du beschwerst ja, dass zu viele Charaktere immer da sind. Und jetzt das Cover. Was wird wohl hier passieren? Gucken wir mal rein. Das Hirn des Bösen. Und ganz oben rechts steht auch schon der Zweistein. Ist das der Zweistein? Ich weiß es nicht, Mann. Der hat ein Auge, zwei Steine. Was weiß ich denn nicht? Der hat so eine schwarze Sonnenbrille. Hat der eine Augenklappe? Ach, das sind zwei. Zwei Augenklappen. Das war auch Zweistein. Doppelt so blind wie ein Steine-Auge. Sehr gut. Ja, wie geil. Die Antenne, ich habe sie reingelegt. Ich bin doppelt so blind. Das ist gut. Ich finde, das Cover sieht ein bisschen aus wie Fanfiction von jemandem, der wollte die Avengers, Jantenna, Cats, Spider-Man und Tierfilme über Gorillas vereinen. Ja, das sind die Royalty-Free-Avengers. Da siehst du ja welche, wo die nicht belangt werden können. Ja, möglicherweise. Ja, stimmt. Die rechte-freien Avengers, die Stunt-Dubbles. Da ist wirklich alles dabei. Also, ich finde den Horn hier hinten super. Ich frage mich dann immer, wie die in den Alltag kommen, einfach mit so einem Horn. Also, was da so deren Ablauf ist am Tag. Na, hütend ist das Problem. Und warum trägt er dann, wenn er da oben das Horn unbedeckt lässt, warum hat er unten das Horn bedeckt? Das ist doch dann auch egal. Naja, das sei nicht. Guck mal, wo er hinschlägt auch, Jan. Genau in den Schritt. Können wir mal der Kamera ein bisschen noch runter? Ach, meinst du, das ist so ein kleines Nashorn, das direkt neben ihm steht? Da kriegt er gerade den Cockpunch. Geht da seine Unterhose gerade perspektivisch über den Finger? Sieht ein bisschen so aus. Wir können den Zeichner mal fragen. Der ist nämlich seit neuestem auch, nicht im Chat, aber doch im Kommentarbereich. Im Kommentarbereich, das ist genau. Oder ich stelle mir vor, er hat wahrscheinlich irgendwelche Vorgaben bekommen, bevor das Hörspiel fertig war. Und dann mach mal so ein bisschen was. War eine dieser Vorgaben. Übrigens, die Antenne hat keine Hüfte. Das ist eine Frage. Die Spekulation war vorher so, wie die Antenne sich dreht wie diese alten Actionfiguren, die man an der Hüfte komplett drehen konnte. So der Punch-Mechanismus von Himmel. Genau, du drehst die und dann drückst die Knochen. Ja, genau. Ich mein, wo fängt der Hintern an und das Rückgrat endet? Ich kann's nicht ganz erklären. Das geht alles in eins über. Wie sind diese Frauenposen auf Covern immer? Männer stehen immer muskulös und Frauen haben sowohl die Brust als auch den Hintern nach vorne gerichtet. Das ist eigentlich nur die andere Perspektive jetzt hier. Wir können alles sehen. Vor allen Dingen, ist er gerade bereit, einer Frau ins Gesicht zu schlagen? Nein, er wehrt ab. Ist ja auch ein Roboter-Frau. Eindeutig. Ihr glaubt, die stehen alle neben mir. Nein, die sind doch hinter ihm. Ja, aber sie ist doch vor ihm, die Blaue. Die kommen doch auf ihn zu gerade. Ja, aber er schlägt nicht. Er macht mehr so ein Gebären. Nein, aber was soll das heißen? Was ist das für ein Move? Nein. Er hat gerade Serum gespritzt und jetzt fängt es an zu wirken. So sieht es aus, wenn es gerade reinknallt. Ach so, meinst du, er braucht nicht mehr der Faust schlagen, sondern einfach, indem er die einmal pumpt, so enorm schnell, dass er ins Gesicht schlägt. Eine Kleinigkeit hat seine Schulter, die rechte von uns aus gesehen, scheint extrem lang zu sein. Jetzt hätte er einen halben Meter Schulter. Seht ihr, ne? Sie ist viel länger als die andere. Das ist das halbe Meter Schulter-Serum, was er sich gespritzt hat. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wenn der Zeichner noch ... Also erstmal natürlich, danke für die Zeichnung. Und wir machen uns natürlich drüber lustig, aber wir finden es ja auch geil. Insofern, wenn du da ... Wir machen uns nicht lustig, wir sind unterhalten davon. Genau. Also ist ja auch so, ist ja das komplett Jan-Tenner-Paket, würde ich sagen, was Unterhaltung angeht. Also gerne mal schreiben, was man dazu schreiben kann, was es so an Infos gibt, die du raushauen darfst, wie so ein Artwork auch entsteht. Das würde mich schon interessieren. Wir haben so oft darüber geredet, wie man dazu kommt, ob es eine Vorgabe gibt, Jan-Tenner muss weiter vorne sein. Wer ist eigentlich, ist das jetzt Jan-Tenners Frau? Ich würde sagen, es ist Tanja am besten, oder? Wir haben eben schon gedacht, Tanja, ne? Ah, Jan-Tenners Schwester war das ja, stimmt. Ja, also die ... Der Schwibschwager von seiner Frau. Nee, ich komme durcheinander. Er hat die Schwester, aber auch die alte Freundin, die die alte Assistentin ist. Ach so, ah, Lara war die Schwester von Jan-Tenner-Junior. Wirklich? Lara? Lara, weil Laura ist die Mutter. Und Lara wird ja auch von der echten Tochter, von den beiden gesprochen, glaube ich. Wurde auch noch mal erwähnt. Also alles Familienbusiness. Kann die Grafik mal ganz unten rechts kurz ranzoomen? Über sie reden wir. Sie hat diesen Blick wie, oh mein Gott, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Dieser Jan-Tenner, so ist der also. Aber sie guckt gar nicht zu Jan-Tenner, sondern zum gebärfreudigen Becken von der Skorpionfrau da oben. Sie ist doch die Einzige, die so ein bisschen teilnahmslos ist. Alle anderen in Angriffspose, er oben in Überwachungspose, Jan in Gebärenpose und sie, sie kann nur Tanja sein. Oh, ich habe nichts damit zu tun. Ich will hier gar nicht sein gerade. Ich stehe nur im Weg. Aber Tanja war doch diese overpowered, ich weiß nicht, wo meine Kräfte herkommen. Ich muss da einmal dran denken und alle sterben. Du hast recht, das passt eigentlich gar nicht zu dem. Ach ja, stimmt, Tanja ist ja jetzt krass. Genau, Tanja hat sich über 40 Jahre mit Kräften aufgesaugt. Es soll wohl noch erklärt werden, haben uns Leute gesagt, die schon alles kannten. Die haben auch gesagt, dass die letzte Folge qualitativ die schlechtere war der neuen Staffel. Also kann es ja nur bergauf gehen. Mir fällt noch eine Sache auf, ich weiß nicht, ob es relevant ist. Vielleicht ist es ein artistisches Detail, aber hier dieser Stein, den sie um sich hängen hat. Der Anhänger, ich kann mich erinnern, dass früher hatte die Antenna so einen Anhänger. Aber das war eine Kugel. Das war die Kugel, ne? Die sah ein bisschen anders aus. Genau, die hat er zum Planeten mitgebracht, oder? Hat er nicht so gewisse Kugeln gehabt? Nee, die hat er von einer Wahrsagerin bekommen auf einem Jahrmarkt. Und die konnte Leon, wenn die in der Nähe waren, dann waren Leon da. Und wenn er zu lange das Ding aufhatte, dann wurde er versteinert. Das Versteinern, ja. Nicht umsonst bist du der Endgegner. Ja, hast du sehr gut dir erkämpft. Da müssen wir irgendwann nochmal einen kleinen, vielleicht wieder einen neuen Staffel, nochmal eine Wiederholung machen. Wollen wir mal reinhören und gucken, wie das alles zusammenpasst. Wir versuchen übrigens kurz Info, auch ein paar Leute haben sich beschwert, dass wir zu viel reinreden. Es lässt sich nicht immer leicht klären. Weil ja auch die Regie nicht immer genau weiß, ob wir einen Satz sagen oder drei. Wir versuchen es diesmal besser zu machen. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob's besser geworden ist oder schlechter. Oder gleich gut. Und jetzt würd ich sagen, trüge ich den imaginären Playbutton. Boah. Ai, 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 ah. Du findest bald keine Vene mehr, ey. Du kannst auch andere nehmen. Zwischen die Zehennägel damit. Au, aha, das sind alles so schlimme, ne? Reichturelisch müsste Jan ja wirklich schon mal gewechselt haben von seiner armen Vene. So viel wie der sich geschwitzt hat. Der hat so ein Permanent-Ding schon, wo er nur anschließen muss. Stimmt, so eine Kanüle gelegt. Wie im Krankenhaus, ne? Gar nicht dumm. Die hätten die Dubstep-Version nehmen sollen. Die Dubstep-Version von uns ist noch ein Ticken besser. Muss ich auch sagen. Das ist schon gut, aber objektiv ist auch noch ein bisschen besser. Wir hätten die auch gegeben. Was jetzt passiert? Aha! In Westland herrscht nach den turbulenten Ereignissen um die Rückkehr der bei einer Katastrophe vor 30 Jahren scheinbar ums Leben gekommenen Professor Futura und General Forbert sowie Futuras frühere Assistentin Tanja relative Ruhe. Keiner der drei ist äußerlich gealtert oder weiß, was er in dieser langen Zeit erlebt hat. Die Bedrohung durch die mutierte Wurm-Intelligenz konnte in letzter Minute abgewendet werden. Das neue Institut des Professors kann weiter ausgebaut werden mit MIMO als mobilem Zentralkomputer. Tanja nimmt ihre alte Stelle als Futuras Assistentin wieder ein, während Laura und Jan Tenner Senior sich vordringlich um die Belange und Ziele des Ordens kümmern. Überall dort zu helfen, wo Not und Unterdrückung herrschen. General Forbert ist wie der Oberbefehlshaber der Armee und für seinen Putschversuch im Zusammenhang mit der Wurmerkrise rehabilitiert. So gesehen dürfte einem weiteren neuen Aufschwung von Forschung und Technik nichts mehr im Wege stehen. Das denkt sich allerdings auch ein anderer, bisher belächelter Wissenschaftler, der nicht weniger plant, als Professor Futura und dessen Gefolgschaft zu beseitigen und an deren Stelle eine Schreckensherrschaft zu errichten, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Noch nennt er sich Dr. Benjamin Brain. Ach, ja! Er lernt so die Welt vor ihm zittern, denn er ist das Hirn des Bösen. Was halten Sie von dem Plan? Das fragen Sie noch, Doktor? Sie wissen ganz genau, dass uns dieser Futura schon lange ein Dorn im Auge ist. Das wär gut, Tamara. Ein Dorn im Auge. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Oder die Strategie durchsprechen, wie wir Futuras Institut trotz seines Energieschirms knacken? Dann finden Sie mich in meinem Büro. Halt, Tamara! Sie scheinen die Situation zu verkennen. Der Chef hier bin ich, Dr. Benjamin Brain. Ihm nur durch Betrug, der Nobelpreis voreinhalten wurde. Das sagt er immer, wenn er sich nicht vorstellt. Haben Sie vergessen, Doktor? Also gut. Also gut. Wen würden Sie als meine Assistenten? Für den Sturmtrupp vorschlagen, Miss Tamara. Geht doch. Als Anführer wäre ich für Konga, den Konga-Ilamann. Das ist eher Ruhe. Ja, stimmt. Konga ist ein Brecher und ein Anführer. Normal, Fisch und Hinder. Er ist ein Affe. Ja, Mann. Tigra und Leon als ultimatives Sturm-Dur. Tigra. Die nahe Leon. Mit Lust und tödlicher Grausamkeit. Denk ich. Ach, das soll ein Mann sein. Ich dachte, das wäre eine Frau. Ja, das ist Tigra, oder? Ja. Das wird doch Leon sein, oder? Der Rhinozeros-Mann bricht durch jedes Hindernis, das für Leon so stark ist. Und der Reptilien-Mann kann sich in viele tödliche, giftige Schlangenteile und wunderschönen Tod verbreiten. Sehr, sehr gut, Kamala. Wer ist denn da der Reptilien-Mann? Ja, Dr. Raphael Raucher-Husten. Ja, aber weiter. Wäre auf jeden Fall nicht Dr. Lunge. Und natürlich Arse, die Adlerfrau. Ihren optimierten Augen entgeht nichts. Sie ist die Seherin, die jede Lage auskundschaftet, sodass die anderen nur noch das zu tun brauchen, was Sie, Doktor, Ihnen befehlen. Das ist es, Tamara. Dies wird das Ende der Ära Futura und das seiner Helfer und der Beginn einer neuen Zeit. Die Welt wird unter der neuen Herrschaft erzittern. Ich werde eine neue Rasse erschaffen. Eine Rasse von überlegenen... Das hast du doch schon. Ja, aber sechs verschiedene sogar. Lass mal kurz anhalten, bitte. Stopp! Läuft zwei Minuten und schon zehn neue Charaktere. Also, als ob der nicht genug Rassen schon da bei hat. Er kann sich ja auch nicht mal an sie erinnern, so viele hat er schon. Sie muss sie noch was sie... Ach ja, genau. Sie haben ja aus jedem Tier, was sie gefunden haben, einen Menschen gemacht. Was wollen sie doch? Ist Benjamin Bray noch vielleicht nur ein Ehrentitel, weil so ist er nicht. Der hat auf jeden Fall Minderwertigkeitskomplexe. Wie lange ist Professor Futura wieder zurück? Eine Woche? Zwei Monate? Und wo hat er diese lange Fede mit Futura, dass dieser Hass entstanden ist überhaupt? Er hat 30 Jahre auf ihn gewartet. Ach, meinst du? Ich weiß nicht. Oh, das ist wie bei Iron Man 3, ne? Da hat er ihnen vor 30 Jahren gesagt, ja, wir treffen uns oben auf dem Dach. Und das Ressentiment hat er beibehalten. War Futura auf einmal weg. So macht man Bösewichte. So erschafft man die. Benjamin Brayne. Es ist wirklich verrückt, dass er nicht weiß, was er da macht. Und warum hat er so viel Wahllose? Und im Grunde haben sie jetzt mehrfach gesagt, der eine ist super stark. Wenn der nicht stark genug ist, ist der andere noch stärker. Und dann ist auch noch ein stärkerer. Und dann quasi, jeder kann nur eines. Der Androin kann nur gucken. Der Androin kann nur gucken. Aber es sind nicht alle hier. Genau, wo ist denn das Schlangenwesen? Das Reptilienwesen, ne? Das fehlt. Das hat nicht mehr drauf gepasst. Kann sich das in viele Schlangen, aber nur eine verwandeln? Oder in ganz viele auf einmal? Die du zusammengeknotet hast? Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Weil ist das doch wirklich ein Gorilla-Mann? Weil, schau dir die Hände hier an. Hände und Füße sind ganz normal. Er trägt nur eine Maske oder was, bitte zu sagen. Vielleicht ist er aber auch der Reptilien-Mann, weil er einfach so schuppig ist. Was kommt denn da aus seinem Ärmel raus? Siehst du, das sind die Haare. Das ist ja ein unglaubliches Haarbüschel. Er kriegt ja gar nicht seine Jacke drüber. Siehst du das? Er ist LKW-Fahrer. Leider mal nicht so. Das gehört zur Jacke. Das ist eine Felljacke. Ich habe eine Jacke dran. Und er mag keine Schuhe, aber er hat eine ordentliche Bananenbampe. Den Gorilla. Heißt die Bumpe? Und da ist auch Kongo heiß. Ja, Kongo. Also bitte, ey. Der Kongo-Otto ist wieder da. Ist das Rassismus? Geht das überhaupt nicht so? Intuitiv. Das ist Intuitiv. Weißt du, wir wussten wegen dem Namen sofort, wer das ist. Das hat doch nichts. Meine Güte. Das war ein Test für uns. Aber schön, dass manche Masken tragen. Also so. Ich möchte aber nicht erkannt werden, wenn ich für den arbeite. Das Ding beim Reno hier ist es, der wird gern Schirmmützen tragen, aber er kann sie nur hinten rum tragen, weil vorne mit dem Horn ist und aufgeschließt ist. Das Horn, ey. Deshalb trägt er keine mehr. Ach. Und die Skorpionfrau hier natürlich. Die Cyber-Skorpionfrau. Das soll doch ein Stachel hier sein, ne? Das habe ich mich aber auch schon gefragt. Was ist dieser Metall? Bist du sicher, dass das ... Ja, er sollte eigentlich, wenn es ein Stachel wäre, sollte er hier hinten rauskommen. Aber er geht ja hier am Knie entlang und dann sehen wir den nicht mehr. Das kann nicht der Stachel sein. Das sieht aus wie ein Stachel hier unten, ne? Verrückt. Was? Du hast wo, was? Ja, dieses Metall-Ding, so ein Cyber-Stachel. Von wem soll der sein? Von der hier hätte ich. Von hier? Sie sieht aus wie ein Auspuff. Ja, das passt überhaupt nicht, aber sie ist die einzige, die so mechanische Teile hat. Ja, die Farbe ist ein bisschen seltsam, dass es nicht zum Hintergrund passt, aber ich glaube, es ist Hintergrund, ne? Ja. Schwierig. Schwierig. Na gut, wir werden es ... Er hat drei Beine, eins davon, Cyborg-Bein. Also Benjamin Brayne. Zwei Stein, drei Beine, das wird immer ... Warte doch darauf, dass Benjamin Brayne irgendwie verwandt ist mit Zwei Stein. Also es muss sein. Er ist der Sohnemann. Der Sohnemann ist es. Ja, aber der Name, also es muss ja irgendwie, im Zweisten muss ja dann geschieden worden sein oder was weiß ich. Er ist ein Klon von Zwei Stein. Ein Klon von ... Das wäre nicht schlecht, ja. Aber wieso lässt er sich klonen mit Draucher husten? Ich habe nur die ... Das sind Nachwirkungen, also Schad ... Ach, die Nebenwirkungen. Nebenwirkungen von Klonen, natürlich. Du hast vollkommen recht. Er hat immer auf Amygdala geraucht, deshalb ... Die Frage ist, er ist ja offensichtlich todkrank, soll zumindest suggeriert werden. Da ist noch eine Geschichte dahinter, da bin ich gespannt. Oder er vapet mittlerweile. Er vapet. Da hören sich doch auch alle so an, nach einiger Zeit. Darth Vapor. Darth Vapor. Ja, okay, dann haben wir jetzt alles geklärt, was so an Fragen da war. Und los. Wir hören uns am Ende wieder. Bisher standen uns Futura und seine Spießgesellen Tenner und Forbit. Spießgesell. Spießgesell. Lange genug, Tamara. Bringen Sie mir nun Konga, Tigra, Ase, Rhinox und Boas. Der Tag des neuen Menschen ist gekommen, in dem die ehrensten Eigenschaften einer jeden Erdenrasse vereint sind. Ihre Auftraggeber werden ... Sind Sie wohl still, Doktor? Sie dürfen den Feind nicht unterschätzen. Das haben wir in der Vergangenheit schon zu oft getan. Dieser Schlag muss ihn vernichten. Das wird er, Tamara. Ich hatte 30 Jahre Zeit, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Futura kann Kreaturen in andere verwandeln. Aber er kann sie nicht allein, Kraft seines überragenden Geistes, steuern und nicht mit ihnen reden, wie ich. Wenn er wollen würde, könnte er. Er ist einfach ein richtig guter Tiertrainert. Ist auch. Ja, ist ein Dompteur. Ja. Wie Caesar. Du hast aber geile Mucke. Das ist ... Da stampft sie jetzt. Benjamin Brain ... Aber das war gut. Ja, das war gut. Gravel ... Gravel ... Gravel ... Gravel ... Äußerlich werden sie sich sehr verändern. Äh? Vogelschrau? Ihre Struktur, ihre Augen und ihre Sprache, mit der sie sich untereinander verständigen, werden sie verraten. Und natürlich ihre Taten. Denn sie sind jetzt schon wild. Kein anderer als Tamara könnte mit ihnen fertig werden, nachdem sie fünf Tage lang kein Futter bekommen haben. Tamara ist groß und muskulös. Ihr Gesicht mit den kurzen platinblonden Haaren und den hellgrünen Augen kantig und hart. Okay. Niemand, nicht einmal der im Gegensatz zu ihr sehr schmächtige und auf seinem einen halbwegs gesunden Bein heftig hinkenden Brain, hat sie jemals lachen gesehen. Er allein weiß aber auch, warum das so ist. Bereits am Abend des Tages setzt Dr. Brain seinen Sturmtrupp in Marsch. Sie brauchen kein Fahrzeug, um ihr Ziel, kein geringeres als das neue Institut Professor Futuras, ungesehen zu erreichen. Zwar ist kein Unsichtbarkeitsserum in ihren heftig pulsierenden Adern, doch ist jeder von ihnen in der Lage, sich für eine gewisse Zeit durch fast perfekte Angleichung an den Hintergrund so zu tarnen, dass eine Entdeckung so gut wie unmöglich ist. Den Rest der Nacht lauern sie im kleinen Park des Instituts, dessen Energieschirm nicht eingeschaltet ist und mit dem ersten Licht der Sonne erwachen ihre Batterie-Packs und damit auch sie zu neuem, unheimlichen Leben. Die große Stunde ist endlich gekommen, meine tapferen Helden. Seid ihr bereit, Konga? Ja, mein Meister, wir sind bereit. Dann zieht nun gemeinsam in die Schlacht und macht euch unsterblich. Ich erwarte die Nachricht eures Sieges. Ja, Meister, Treue bis in den Tod. Ja, Meister, so soll es sein. Nichts und niemand kann uns aufhalten, Meister. Treue bis in den Tod! Nicht wahr, Kamara? Ihr Spott wird Ihnen noch vergehen, Doktor. Sind alle Menschenfrauen so? Warum reißt er sie nicht einfach in Stücke? Beherrsche dich, Tigra. Sie werden noch früh genug tot sein. Sie alle. Und dann gehört uns die Welt. Sei vorsichtig. Ich weiß, dass er kennt uns ihre Gedanken. Das wissen wir. Und er weiß, dass wir es wissen. Er lacht darüber, weil er glaubt uns. Ihr schweigt jetzt besser. Es wird Zeit. Genau, Konga. Lass uns losschlagen, bevor mich die Mordlust meiner Opfer in der Stadt suchen lässt. Berichte, Asen. Die Räumlichkeiten des Instituts sind noch so, wie sie uns der Meister in den Raumskizzen gezeigt hat. Die Wachen halten sich im Sektor 1-3 auf und sind mit zweimal zwei Mann auf Patrouille unterwegs. Bewaffnung Standard. Um Sie kümmere ich mich. Und Futura? Und die anderen Wissenschaftler? Sie frühstücken gerade im Sektor 3-5, also im dritten Stock. Dabei sind auch Jan Tenna der Ältere, Jan Tenna der Jüngere und die Gefährtin des Älteren, Laura. Und General Forbit? Und Tanja? Nicht anwesend. Und über die regulären Wachen hinaus auch keine anderen Angehörigen der Armee. Was ich außerordentlich bedauerlich finde. Beherrsche dich, Tigra. Wo dringen wir ein, Asen? Ein Lieferanteneingang steht offen. Davor stehen zwei unbewaffnete Transporter und vier leicht bewaffnete Fahrer. Gut. Dann gehen wir vor wie folgt. Und denkt immer daran. Ziel unseres Angriffs ist der Diebstahl bzw. die Vernichtung von Professor Futuras Sehren sowie Sicherung aller zu ihrer Herstellung benötigten Daten. Dann werden Sie hilflos sein und dem Meister nicht mehr im Weg stehen. All Ihre Macht beruht auf Futuras Genie und seinen Sehren. Ja, stimmt. Mit der Armee werden wir danach leicht färben. Warum? Alle Macht den Drogen. Er ist nicht Jan Tönner. Er ist auch ohne die Sehren eine Gefahr. Jan Tönner. Den überlasst nur mir. Es wird mir eine Freude sein, ihn aufzuschlitzen und von seinem Blut zu tränken. Ja, Vase? Siehst du noch etwas? Für einen Moment dachte ich es. Aber ich muss mich wohl geirrt haben. So, der Handy klingelt von der Adlerfrau. Rinox räumt uns den Weg frei. Tigra und Leon erledigen jeden Feind. Boaz teilt sich und sichert. Und ich werde mich um die Daten und Sehren kümmern. Wer fang in etwa? Nein, Tigra. Du hast freie Bahn. Das wird ein Schlachtfest. Ja! Okay. Die sind, glaube ich, böse. Die haben innerhalb von einem Tag diese Intelligenz entwickelt, oder? Ich finde es aber gut, dass die einen Plan haben, dass es mehrere sind, dass man den vorher weiß. Weil irgendwie, es ist mal was anderes als diese Würmer. Oder irgendwas greift an und ist plötzlich viel und groß und hat aber auch keine richtige Sprache, keine Stimme. Es wirkt aber recht plötzlich, ne? Ja, total. Und ich bin auch wieder bei dem, was Dennis bei den anderen Folgen auch erwähnt hat. Jetzt haben wir auch schon mal hier fünf, sechs neue Bösewichte gleichzeitig. Und gleich treffen wir auf Jan Tenner, Junior, Senior, Laura, Professor Futura, eine Handvoll nicht-militärischer Hilfsleute. Also ich hoffe, dass ich da noch alle fünfe gerade halten kann. Vielleicht ist die Idee aber auch, dass man eine Fallhöhe hat und ein bisschen Fallobst, also Gegner, die man eben erledigen kann. Andere, die man vielleicht überreden kann, zur guten Seite zu wechseln. Also man hat jetzt viel Material, mit dem man arbeiten kann. Wollen wir darauf wetten, wer von denen als Erster ins Gras beißt? Sozusagen von den Tierhelden. Oh, das ist ein guter. Also da wird, also das wird schon, ich glaub nicht, dass da einer isoliert wird oder so. Aber einer ist doch trotzdem der Erste. Na, also ich sage nein. Ihr könnt ja gerne eure malen. Ich sag, die bleiben zusammen, gehen alle gleichzeitig down mit ihrem Plan oder gewinnen oder was auch immer. Das ist Nashorn-Mann. Ja, Nashorn-Mann will durch eine Wand brechen und bleibt mit seinem Rohr stecken. Und dann kann Jan Tenner, Junior, ihn mit seinem eigenen Metallrohr, was er nimmt, Poetic Justice, ein paar überzimmern. Das ist auch eine gute Idee. Aber ich glaube, Vogelfrau, weil die Tenners, denen gehört die Luft. Und die lassen sich die Luft nicht nehmen. Vielleicht haben sie oben über dem Institut so ein gigantisches, so ein Fliegenfänger. Ein Fliegenfänger, ja. Wo sie dann der Eis fliegt. Genau, sie so runterziehen. Und sie ist so lecker und sie will da, du bist ja auch, dann kommst du nicht mehr weg. Ein Glück, Professor Futura, dass sie diesen antiken Riesenfliegenfänger für damals, als die Leonen noch herumgeflogen sind, eingebaut haben. Also am einfachsten auszuschalten ist auf jeden Fall Nashorn-Mann. Du musst nur im toten Wenkel direkt vor ihm stehen. Der kann sich nämlich nicht sehen durch sein Nashorn. Das wird Jan Naus nutzen. Und dann mit einem gekonnten Haken, zack. Also wir sind uns einig, das ist jetzt nicht weder Tanja noch Laura noch Lara, sondern die platinbronnde, eiskalte Assistentin von Benjamin Brain. Was wiederum sehr interessant ist, weil es passt dann wirklich nicht zu dem Bild. Also die Optik der ängstlichen Frau, die erschreckt ist, über was eigentlich, passt nicht dieses knallharte, süffisante, ich bin hier die Megabitch. Vielleicht nicht erschreckt, sondern sie ist erregt. Sie sagt, ja. Es ist der Kampf, der sie macht. Es ist der Moment, wo Jan die Oberhand gewinnt. Deswegen ist sie jetzt gerade so, weißt du? Okay. Es sieht nicht danach aus, als ob er die Oberhand gewinnt, wenn ich will. Er wird von allen Seiten angegriffen. Allein drei kommen von hinten. Jan macht jetzt den hier. Wenn ihr da reinlauft, ist es eure Schuld. So ein bisschen, Jan kämpft wie Merkel feiert irgendwie. So, yay. Okay, komm, wir machen aber weiter. Nichts von der sich lautlos und beinahe unsichtbar anschleichenden Gefahr. Es war geben, ungewöhnlich oft, die rund ums Institut installierten Bewegungsmelder Signal, doch bei entsprechender Überprüfung durch die Wachen ist nichts zu entdecken und man schiebt es auf Vögel oder Kleintiere im Unterholz auf ihrer Futtersuche. Professor Futura hat die Wurmintelligenz oder Evanas, wie sie sich selber nennen, in insgesamt sechs riesigen Tanks mit Wirtsgewebe untergebracht, das ihnen, ganz ähnlich dem menschlichen Gehirn, die elektrischen Impulse bietet, die sie zum Existieren brauchen. Über einen Sprachkommunikator sowie ein mobiles Gerät kann Lara, Jan Tenners und Lauras Tochter mit ihnen Kontakt aufnehmen und sich mit Fragen an sie wenden. An die Firma? Die explosionsartige Vermehrung der Evanas hat inzwischen aufgehört. Was sollen die denn schon wissen? Ja, oder? Die haben nichts gesehen auch von der Welt. Die Wurmintelligenz, ein streng gehütetes Geheimnis des Ordens des Futura. Die beiden Generäle Forbit und Grimes, die von ihrer Existenz wissen, haben sich zu strengstem Stillschweigen verpflichtet. Kurz, ich muss kurz, ganz kurz. Immer noch nicht ahnend, was ihnen dieser Tag bescheren wird. Ermahn halten, bitte. Ich will es nur, Entschuldigung, ich muss es nur kurz sagen. Diese Orden, ich weiß, es ist nur der Name, aber ich meine, jetzt fangen sie auch noch an zu vertuschen. Jetzt fangen sie an quasi eine Parallelregierung aufzubauen. Jetzt haben sie den, das ist doch, du kannst doch nicht sowas vertuschen. Ich glaube nicht dran, nur weil... Er ist doch mit Schuld. Also auch nur, wenn das ein, zwei Leute in den Kommenten schreiben, das ist nicht nur ein Name dieser Orden. Das ist eine Sekte, das ist ganz eindeutig eine Sekte, ja, mit Futura als, das ist Scientology. Das ist eindeutig. Und ich glaube, dass die nichts Gutes im Schilde führen. Ich kann mich auch damit nicht anfreunden. Also sie haben jetzt diese Wurminnelligenzen und ihr habt ja auch schon ganz richtig angemerkt, okay, sie mögen vielleicht so eine Art Grundintelligenz haben, da ist vorne, da ist hinten, aber die wissen ja nichts. Die sind ja von der Existenz in diese Tanks direkt gegangen. Die wissen es, wie es in dem Kopf von einem Angler aussieht und das war's. Und Jan Tenner noch. Können gut Löcher bohren. Ja gut, bei Jan Tenner ist alles voller Drogen. Ui Jan, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Aber sonst? Ach ja, gut. Lass gehen wir weiterhören. ...witzen Futura und seine engsten Mitarbeiter bei der täglichen Frühbesprechung. Geht es also am heutigen Tage um die wesentlichen Dinge? Um noch mehr über die Wurminnelligenz herauszufinden, wird Lara die folgenden Experimente mit ihr durchführen. Erstens wird sie... Ja, Tanja? Äh, was soll denn sein, Professor? Mir war, als ob sie etwas sagen wollten. Nein, Professor, es muss wohl ein... Doch, da war etwas gerade. Was denn, Tanja? Wir wissen ja, dass du seit deinem Erwachen gewisse telepathische Fähigkeiten drauf hast. Aber außer uns und den Wachen ist niemand im Institut. Unsere gute Tanja hat sicher noch einige Überraschungen für uns parat. Wenn sie schon in fremde Sprachen verfällt, wenn sie meint... Hey, hey, Schwesterherz. Fang nicht schon wieder an, ja? Ich finde allerdings auch, dass jetzt einmal Schluss sein muss mit ihren Animositäten, Lara und Tanja. Wenn wir uns schon selbst nicht grün sind... Da, da, da war es wieder. Etwas ist da, was hier nicht hingehört, aber ich kann es nicht bestimmen. Lara, du kannst doch von hier aus Kontakt zu den Ebanas aufnehmen, oder? Natürlich kann ich das, aber ich sehe nicht ein, dass ich... Tu es, Schwester, tu es einfach. Und sofort die Bewegungsmelder wieder an. Machst du das bitte, Mimo? Tideliht! Aber selbstverständlich, Jan. Wenn du mich schon so höflich darum bittest... Es ist stärker geworden. Und die Ausstrahlungen sind nicht freundlich. Aber das ist... Was, Lara? Was ist mit den Ebanas? Die Wurminintelligenz ist in Aufruhr. Etwas ist hier, das nicht hier sein dürfte. Und es wird stärker. Meine Tochter und Tanja sprechen eine gemeinsame Sprache. Dass ich das noch erleben darf. Jan Tenner! Was ist mit den Bewegungsmeldern, Mimo? Warum hören wir nichts? Gebliegt! Weil sie stumm sind, Jan. Ich habe sie noch nicht alle durch. Aber die, die ich erreichen wollte, sind tot. Du meinst jemand oder etwas? Hat sie zerstört? Es wäre eine mögliche Interpretation, Jan. Ich... Was ist das? Meine Ohren! Stell das ab, Mimo! Der Alarm kam vom Bewegungsmelder 22, Standort... Was heißt kam, Mimo? Was meinst du damit? Ich habe ihn nicht abgestellt. Der Bewegungsmelder wurde zerstört. Er existiert nicht mehr. Welche Wachen sind in der Nähe, Mimo? Nummer 8 und Nummer 12, die Glied. Sie waren in der Nähe. Wir haben nicht mal Namen. Sie brauchen auch keinen Namen. Ja, im Orden von Futura ist jeder nur eine Nummer. Ja. Moment, waren das jetzt Wachen oder Bewegungsmelder, die zerstört wurden? Bewegungsmelder. Ja, der Bewegungsmelder wird zerstört, aber die Wachen haben Nummern. Bist du, das meine ich. Boah. Warum wird aber Nummer 8 mit Nummer 20 zusammen stationiert? Würdest du das nicht logisch sagen? Ja, die greifen von zwei Seiten an. Ja, genau. 9 und 10 sind drüben, aus dem mögen die sich nicht. Die haben die Schichten gewechselt, seitdem klappt das Zahlensystem nicht mehr. Ja, 8 und 9, da war mal was, dann nicht mehr. Ey, weil ich bin abergläubig, wir dürfen keine ungerade Zahl ergeben. Ja, es gibt auch keinen 13. Keine Wache 13. 12 und 14. Okay. Was passiert als nächstes? Nix. Antonio und Laura zu der von Mimo mitgeteilten letzten Position der beiden Wachen, während Professor Futura Jan Junior mit Tanja zu den Tanks schickt. Wenn es tatsächlich Fremde geschafft haben, ins Institut einzudringen, können sie nur zwei Ziele haben. Futuras Laboratorien mit den wertvollen Datenbanken oder die Tanks mit den Ebanas. Die Entscheidung fällt nicht leicht, doch von den Datenbanken gibt es Backups. Sie ließen sich zur Not wiederherstellen. Die Wurminnelligenz jedoch nicht. Draußen im Park angekommen, bietet sich Jan und Laura ein Bild des unfassbaren Grauens. Oh nein, das ist ja schrecklich, Jan. Wer tut denn so etwas? Sieh nicht mehr hin, Laura. Komm her. Du zitterst ja am ganzen Leib. Aber, aber das sind, das waren doch einmal Menschen, oder? Keine Tiere, die von anderen Tieren, Raubtieren, gerissen worden sind und so. So in Stücke. Das haben auch keine Menschen getan, Laura. Ach ja? Aber wer dann? Das Institutsgelände ist doch umzäunt. Und wer hat die Stahlpfähle der Bewegungsmelder umgeworfen und regelrecht plattgetreten? Diese beiden armen Kerle dort. Nein, nicht hinsehen. Sie wurden aufgeschlitzt und wie von scharfen Fängen zerrissen. Von Raubtierfängen. Die Pfähle aber wurden von etwas Schwererem umgewalzt und zertreten und wahrscheinlich auch ein Stück der Umzäunung. Deshalb also die vielen Signale der Bewegungsmelder. Wenn wir sie nicht stumm geschaltet hätten, könnten diese, diese beiden vielleicht noch leben. Denk nicht daran, Laura. Das sagst du so leicht. Das lässt sich doch nicht einfach abstellen. Hatten die beiden Familie. Vielleicht hatten sie Kinder, die zu Hause auf ihren Vater warten. Ich habe schon unsere neuen Sanitätsroboter alarmiert, Laura. Sie werden gleich hier sein und sich um die Toten kümmern. Um die Toten kümmern. Wir müssen jetzt ganz schnell ins Institut. Zukleben. Wie kannst du so kalt sein, Jan? Wir können diese beiden doch nicht einfach so liegen lassen oder das, was von ihnen noch übrig ist. Ich bin nicht kalt, Laura. Aber wer immer das getan hat, er bewegt sich offenbar unsichtbar und lautlos und ist nicht einfach mal so hier eingedrungen. Sein Ziel kann nur das Institut sein. Und wenn das stimmt, was ich annehme, sind unser Sohn und Tanja in allerhöchster Lebensgefahr. Nummer 8 war mein Liebling. Genau. Er hat so viel vor. Wie recht er mit seinen schlimmsten Befürchtungen hat. Dabei übertrifft die Realität noch alle nur denkbaren Horrorvisionen. Bist du ganz sicher, das wäre das Richtige tun, Tanja? Der Professor wird stinksauer sein. Wie soll ich denn sicher sein, wo wir keine Ahnung haben, was sich hier in unser Institut eingeschlichen hat? Ich spüre es nur, frag aber nicht wie. Tue ich ja gar nicht. Ich vertraue voll der Erfahrung des hohen Alters. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du verdammt gefährlich lebst, Jan Tenner? Und was den Professor angeht, er überwacht ja alles, was wir tun, von der Institutzentrale aus. Und hätte sich schon längst gemeldet, wenn... Machen Sie sich deshalb keine Gedanken, Tanja. Sie tun das Richtige. Achten Sie lieber auf Ihre Umgebung. Ich habe etliche Echos, aber es sind keine klaren Ortungen. Tanja spürt es, Professor. Und es kommt aus dem Labortrakt und von den Speicherbänken. Stimmt doch, Tanja, oder? Genau, Jan. Ich spüre das Fremde aus vielen Richtungen, aber vor allem von dort. Es muss gewaltig sein, aber auch... Ja? Ich weiß nicht. Verschieden. Wir haben es mit mehreren Gegnern zu tun und sie sind... Sie sind nicht alle gleich. Und hinter unseren Seeren her? Und den Formeln? Wohin denn sonst? Pass auf, Jan! Was? Bleib stehen! Rühr dich nicht von der Stelle! Wo war das denn? Da, da, da waren... Schlangen! Bleib ganz still stehen! Sie machen sich unsichtbar, kommen aber zwischendurch immer wieder zum Vorschein, wie ein Taucher, der zum Atmen hochkommen muss. Und dann kriege ich sie! Du hast eine erwischt und mit deinen telekinetischen Kräften zerquetscht. Schlangen haben verloren, also gewonnen. Das waren die Schlangen, verdammt! Sie kommen, die Schatten, von überall her gekrochen! Ja. Zum Glück haben wir uns bewaffnet, als wir losgingen. Ihr, du Bist! Und hier... Gut gemacht, Jan! Pass auf, da vorne rechts! Ah, die Sounds sind aber super, oder? Mhm. Die haben so ein bisschen mehr Saft und Power. Aber trotzdem sind sie noch cheesy. Ich würde fast sagen, der rückt gerade Tarzan mit seiner ganzen Dschungel-Armee an. Tarzan? Hast du getrunken, Jan-Tenner? Da passt es! Ja, aber was hat das damit gesagt? Ja, nur leicht angetrunken. Boah! Boah! Aber hatten die Schlangenfamilie! Seien Sie doppelt vorsichtig. Etwas Großes, Schweres nähert sich Ihnen. Es hat sie gleich erreicht. Aber auch die Präsenz aus den Laboratorien ist stärker geworden, Professor. Greif vorwitz. Es muss etwas Gewaltiges sein. Viel größer als... Unglaublich. Mega. Genau, Jan. Das ist das richtige Wort. Äh. Einfach mega. Ich... Ich meinte eigentlich... den da, Tanja. Oh nein! Jetzt geht's ab. Welcher ist das, Rhinoz? Das muss man sehen. Wir haben schon ein Trommeln. Ah, Kongo ist es da. Oh ja. Leon, Leon kommt jetzt. So, Moment. Notglühenden Augen. Können wir kurz, ganz kurz anhalten. Sie sind jetzt erschrocken über ein großes Löwen-ähnliches Wesen, das zugegebenermaßen ein Menschengesicht hat. Aber haben Sie nicht einen Leon bei sich stationiert? Mit vier riesigen Armen? Stimmt. Die großen Löwenmenschen? Ja, also nicht nur... Jetzt wo du sagst, ja eigentlich... Sehr viele Charaktere, und jetzt heißen die auch noch gleich. Der eine Typ heißt Leon, und bei denen arbeiten die Leonen. Das macht's nicht einfacher. Er hätte vielleicht, auch wenn er ein Löwe ist, hätte er Jim heißen können, oder so. Ja, es gibt keinen Grund, sie so zu nennen, wie... Ich mein, wie nennst du, wenn du zwei von denen dann hast? Nennst du die dann beide irgendwie Rino? Rino 1, Rino 2? Also, das ist doch... Die haben kein Problem mit Zahlen für die Namen, oder? Ja. Wache 8 und Wache 12. Also, Kongo könnte halt auch einfach Klaus heißen, find ich. Oder irgendwie... Nein, Kongo-Klaus find ich aber nicht schlecht. Kongo, Krawallo, Brocco, irgendwas, was dieses Brachiale irgendwie erklärt. Also, es ist erst mal Leon, quasi das hier in Mendig. Das sieht doch aus wie eine Frau. Ja, aber es gibt ja eine Frau unten, Mann. Es gibt auch noch eine Frau, genau. Es sind ja ein paar. Wir sehen aber nicht beide jetzt hier. Es gibt zwei Löwen, oder? Ja, zwei Löwen. Ey, ich... Sag mal... Leon und Leona. Aber warum reicht denn nicht einer? Du hast doch so viel anderen Shit. Du weißt ja, die Frau muss mit Tanja kämpfen und der Mann mit Jan-Taner Junior. Du hast so viele, dass die nicht mal aufs Cover passen. Ja. Naja, gut. Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht allzu viel passiert. Dafür, dass das Gefühl schon eine halbe Stunde dauert, greifen die jetzt erst an, so. Nein, sie sind unsichtbar. Sie waren schon... Sie waren die ganze Zeit da und haben gewartet eine halbe Stunde unsichtbar. Wir haben eigentlich die Bewegungsmelder, sie gefunden, wenn die doch unsichtbar... Aber das ist jetzt, glaube ich... Also, sie haben sich jetzt nicht bewegt, sie waren nur unsichtbar. Ne? Moment, okay. Du kriegst das durcheinander mit Jurassic Park. Da können die Dinosaurier nicht sehen, wenn du dich nicht bewegst. Dann bist du unsichtbar. Aber die Bewegungsmelder sind keine Dinosaurier. Vielleicht. Aber hier der Vogel, die Vogelfrau, die müsste dann doch auch noch die alten Dinosauriergene haben. Und dann sieht die dich vielleicht. Ach, das meinst du? Aber es ist eh egal, weil Jan Tenner hat ja auch aktuell kein Serum. Stimmt. Er hat nur seine Waffen, ne? Übrigens, sofort der allererste Gedanke bei Jan Tenner, sie wollen das Serum, ja. Der Junkie halt einfach. Er will auf jeden Fall die Drogen retten. Also irgendwann, wenn jemand den aufschreckt, wacht er auf und spürt das Serum als die Toilette runter, ne? Instinktiv. Glaubt hier irgendeiner, dass der nicht irgendwo einen kleinen Stash hat, wo er sich so seine Lieblingsserien gesichert hat? Es kommt noch eine Folge, wo alles kaputt ist und dann erzählt er von seinem Geheimnis und hat irgendwo noch eine Box. Ich garantiere es euch. Es ist Jan Tenner. Ja, bestimmt, aber bei dem wirkt das doch alles gar nicht mehr. Ne? Der braucht das, um normal zu funktionieren. Genau. Er hat enorme Toleranz und er kann gar kein Stash sich anlegen, weil das denaturiert sehr schnell. Der Professor, der macht dieses Serum und innerhalb von 24 Stunden muss das verbraucht werden. Ansonsten gerinnt das und schmeckt ein bisschen wie geronnene Milch. So macht das aber ein guter Dealer, ne? So muss er immer wieder neu. Ja, du musst immer wieder zum Hinkommen. Ja, das ist smart, genau. Was übrigens auch lustig ist, ihr erinnert euch, ne? Das Intro der ersten Staffel, Professor Futura, dem es gelungen ist, ein Menschen in einen Affen zu verwandeln. Also, genau. Das ist exakt das. Das ist exakt Brainwork. Und der macht das an einem Nachmittag, ne? Ja, mit sechs, sieben Tieren. Ja. Na gut, okay. Na gut, ich wollte das nur nochmal. Ja. Also, weitermachen. So kann's gehen. Jan fasst sich als erster wieder. Er reißt seinen Strahler hoch, zielt kurz zwischen die Augen des Monsters. Doch bevor er auch nur ans Abdrücken denken kann, macht Leon einen Satz auf ihn zu, wischt ihm mit einer einzigen Prankenbewegung die Waffe aus der Hand. Amias Bicke lehnt und schon dabei, mit ihrem Leben abzuschließen, als sie sich schnell nähernde Laufschritte hört. Da, Jan. Du hattest recht. Unser Sohn liegt ohne Waffe am Boden unter diesem, diesem Ungeheuer. Sieh nur, wie es seinen Maul aufreißt. Mach was! Und es reißt Jan den Kopf ab. Niemals, Laura. Jan, Laura, ihr müsst ihm helfen. Meine Kräfte sind erschöpft. Er wird fünfmal tot. Hey, ich Tarzan. Du Simba? Keine Angst, Tanja. Jan hat von Professor Futura das Kraftteam bekommen. Oh, je. Jan kann gegen das Untier auch ohne Waffe gewinnen. Schlechtester Zeitpunkt für den Gag. Hast du gehört, Simba? Dann, hier. Oh, den kämmen wir aus X-Com. Aufs X-Com und vielen anderen, ja, ja. Die Mutomen. Du kämpfst wie in alten Zeiten, Jan. Ach ja? Du kämpfst wie eine Kuh. Jetzt nimmt das Monstrum von Junior ab. Hey, Simba. Hier ist der böse Onkel. Also, Jan hat jetzt ein Muskelserum und kämpft der alte Jan. Hat er? Hat er ein Muskelserum? Ja, glaube ich, ja. Bravo, Jan, du hast ihn voll erwischt. Hier bin ich doch, Simba. Hey, Simba. Hier spielt die Musik. Na, sehr gut. Was für ein Hammer. Voll auf die Nase. Er taumelt. Tu doch auch mal was. Hey, Simba. Hier ist Tarzan. Euer Tarzan geht mir langsam auf den Keks. Ja. Aber er strauchelt. Weiter so, Tarzan. Äh, Jan. Noch ein Schlag und er hat es hinter sich. Du oder ich, alter Mann. Er sieht dich an, Junior. Okay. Äh. Endlich. Er kann sich nicht mehr rühren. Also, Tarzan hätte das auch nicht besser hingekriegt. Tarzan wäre jetzt im Hauptlabor. Arsch beeilen Sie sich, so lange noch etwas zu retten ist. Dort ist der Feind. Alles andere war bisher nur Ablenkung. Sind Ihre Kräfte zurück, Tanja? Ich glaube, schon, Professor. Dann komm. Schnell. Nicht mal in der Cloud. Der Weg dorthin ist wie gepflastert mit den kleinen Schlangen, die ebenfalls menschliche Gesichter tragen und mit gezielten Schüssen zerstrahlt werden müssen. Professor Futura ist es inzwischen bei aller Hektik gelungen, die Frequenz der Innengeleuchtung so zu modifizieren, dass sie die eingedrungenen Tiermenschen sichtbar macht. Ah, guck mal. Ihre Tarnung beraubt stellen sie nun wenigstens Gegner auf Augenhöhe dar. Von den kleinen Schlangen über das besiegte, zurückgelassene Löwenungetüm bis hin zu dem, was sie am zentralen Schaltpunkt des Hauptlabors stehend erwartet. Oh, Entboss. Oh nein! Oh, was für ein Monster. Hey, weg da, King Kong! Hör auf zu knurren, King Kong! Nimm besser deine Pranken weg von den Schalttafeln. Professor, hatte er schon Zugriff auf Ihre Formeln? Es ist von hier aus nicht feststellbar, also anscheinend nicht. Und was ist das? Es kommt von... dort, nebenan. Ich sehe Zerstörungen an den Produktionsanlagen für meine Sehren. Ihr habt schon zu viel gesehen und seid selbst schuld an eurem Tod. Tigra! Ja, Konga? Lass jetzt die Sehren. Ich brauche dich hier. Oh, aber ich war gerade so schön in... Hier kannst du dich auch austoben. Hier gibt es Blut. Jan, pass auf! Da! Schon gesehen, Mutter. Du elende Bestie! Mein Name ist Tigra. Aber du brauchst ihn nicht zu merken für die paar Augenblicke, die du noch lebst. Du hast die Wachen draußen zerfetzt. Du hast ihre Körper aufgeschlitzt und... Und ihr Blut getrunken, wie ich es gleich mit deinem machen werde. Darf ich, Konga? Jetzt reicht es! Kommst du mit der Mieze zurecht? Mein Name ist Tigra! Kommst du mit dir allein, klar, Tanja? Du darfst sie keinen Millimeter an dich heranlassen. Ich versuche es, Jan. Nehmt euch den Gorilla vor. Auf sie, Tigra! Keiner von ihnen darf überleben. Das werden wir ja sehen. Ruf du alle erreichbaren Wachen zusammen, Laura. Mach ich. Passt ihr lieber auf. Eins von dem Gorilla auf den Kopf und ihr seid euer eigener Grabstein. Dafür liebe ich deine Mutter, Junior. Für ihre positive Art. Hey, King Kong! Pass auf! Hier! King Kong ist recht nicht geschützt. Gut gemacht. Oh. Dir was von mir, Alter. Dafür werdet ihr büßen. Ach so? Oh, Vater, er schwankt. Um Himmels. Tanja schwankt auch. Sie kann nicht mehr. Meine Kräfte lassen rapide nach. Ich... Ich kann... Die Schlitzerin nicht mehr lange auf Abstand halten. Genieße deinen Tod. Es wird ein langer Seine. Ich kann nicht schießen, ohne Tanja zu gefährden. Wo bleiben die Wachen? Ich muss Tanja helfen. Vater, kommst du allein mit dem Erfen klar? Mein Name ist Konga. Und ich... Oh. Was ist... Was ist Konga? Warum sprichst du nicht weiter? Er bewegt sich nicht mehr. Das Serum. Und die Katze auch nicht. Hält ihn dann. Sie sind wie erstarrt. Oh. 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 Ach so ein Biest. Ein Nashorn mit Menschengesicht. Es ist einfach durch die Wand gebrochen. Alle zur Seite. Schnell. Weg hier. Es... Es panzt sich ein Weg für sich und die anderen. Sie fliehen. Das war im letzten Moment. Aber... Sie sind nicht geflohen. Sie haben sich zurückgezogen. Für mich sah das auch so aus. Aber auf wessen Befehl? Vorbitts Befehl. Der war doch gar nicht da. Wo ist Vorbitt? Macht Urlaub. In Ostland. Hat er sich verdient. Welchem Umstand auch immer, Vater und Sohn Jan, Tanja und Laura ihre Rettung in allerletzter Minute zu verdanken haben, ihr Ende war bereits so gut wie besiegelt. Die beiden Frauen stehen unter Schock und auch Jan und Jan sind erst wieder aufnahmefähig, nachdem sie von Professor Futura in der Institutszentrale ein Mittel zur Nervenberuhigung erhalten haben. Lara und Mimo stehen oder schweben, ebenfalls immer noch sprachlos dabei und warten auf die von Mimo veranlassten Computeranalysen des Überfalls und der gemachten Aufzeichnungen. Das tat jetzt gut, Professor. Oh, oh, wie wird mir? Ja, ja, der eine verträgt es, der andere nicht. Du hältst dich am besten mal ganz schön geschlossen, mein Fräulein. Wo warst du denn, als wir unser Leben riskierten? Also, erstens bin ich nicht dein Fräulein, alte Frau. Und zweitens musste ich für den Professor mit der Wurmintelligenz Kontakt halten. Schluss jetzt. Ist das dann noch zu fassen mit euch beiden? Seitdem sie wieder aufgetaucht ist, spielt sie die Supercoole, verdreht selbst meinem Bruder den Kopf. Die landen im Bett zusammen. Schwesterherz. Die beiden. Seien wir jetzt. Bitte, warum redet sie nicht so, dass wir es alle verstehen? Ist 2020. Das ist keine uns bekannte Sprache. Denkt ihr, was ihr wollt? Ich traue ihnen. Es ist gut jetzt, Lara. Du redest ja schon wie General Forbit. Vielleicht könnte es zur Beruhigung der Atmosphäre beitragen, wenn ich kurz die mir nun vorliegende Auswertung vortragen dürfte. Nein, erst soll uns Tanja, oder wie sie vielleicht wirklich heißt, erklären, was sie da gerade gesagt hat. Das ist ja nicht das erste Mal. Ich habe nichts gesagt. Ha! Jetzt will sie uns auch noch... Hey, Bruder, was soll das? Lass mich los oder... Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft und lassen die anderen mal etwas allein. Lass mich sofort los! Die haben sie wohl uns gehört... Hey, lass mich runter! Auf der Stelle! Sobald ich draußen ein geeignetes Brennnessel bin für dich gefunden habe... Ha! Ich weiß nicht, was es jetzt zu lachen gibt, die Antenne! Ach, Laura, ich habe mich gerade nur gefragt, wann ich unseren Jan zuletzt mit seiner Schwester auf dem Arm gesehen habe. Darf ich dann davon ausgehen, dass wir uns nun anhören können, was uns Mimo zu sagen hat? Boah, ey, ich brauche es zu den Kindergarten. Sie hat ja wirklich gerade die... Sie hat ja gerade rausgetragen, ne? Sie hat einfach so rausgetragen, weil sie allen auf den Sack ging. Du wolltest nur festhalten. Ja, nicht in meinem Patriarchat, ne? Nee. Da jetzt mansplained er ihr draußen mal, warum sie jetzt nicht mehr in der Folge dabei sein darf. Das hat einen Grund, warum er so in der U-Bahn sitzt. Der man spreadet, ey. Der spreadet. Ja, sorry, ich muss das kurz... Ich finde es einfach zu geil. Es ist einfach irgendwie falsch. Als die einzige Person, die da noch sinnvoll irgendwelche Argumente dann liefert und sagt, hey, wir müssen mal hinterfragen, was mit Tanja jetzt hier los ist, trag sie raus. Das ist jetzt nicht wichtig. Und Jan lacht sich auch noch kaputt darüber. Es ist irgendwie geil. Ich mag's, aber es ist halt falsch. Okay, komm, weiter gucken. Zuerst kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass sich noch fremde Eindringlinge im Institut aufhalten. Allen verfügbaren Beobachtungen und Messungen zufolge haben sie sich tatsächlich alle zur gleichen Zeit zurückgezogen. Also auf ein geheimes Signal von außerhalb des Instituts. Kannst du uns genaueres über die Eindringlinge sagen, Mimo? Ja, Professor Futura. Den Auswertungen unseres Computerverbunds... Dessen Chef du ja bist, Mimo. Danke, Laura. Danke. Den Auswertungen zufolge handelte es sich also um ein sich selbst mindestens 77-fach multiplizierendes Schlangenwesen, dessen Aufgabe darin bestand, an möglichst vielen Orten Unruhe zu stiften. Einen Nashauen ähnlichen... Ach, stell sie jetzt nicht bitte alle noch mal vor, Mimo. Wir haben sie doch echt jetzt schon dreimal so viele. Den Jan und ich ins Reich der Träume geschickt haben. Müssen wir einmal erwähnen, bitte. Aber auch nur mit Hilfe des Serums. Die Lied... Richtig, Jan. Ferner gehörte zu der Truppe ein geflügeltes Wesen, dessen Aufgabe aller Wahrscheinlichkeit nach darin bestand, das Institutsgelände vor dem Eintreffen der anderen Auszug und schafften. Dann kamen die beiden Hauptkämpfer, der große Löwenartige also, so wie das an einen riesigen Tiger erinnernde Wesen, das um ein Haar Tanja bei lebendigem Leib zerrissen hätte. Oh mein Gott. Das ist nochmal eine Zusammenfassung von allem, was geschehen ist. Aber diese Kreatur hat die beiden Wachen im Park auf dem Gewissen. Und der Riesenaffe, Mimo? Wir gehen davon aus, dass er der Anführer des Trupps war, allerdings aber auch nur Befehlsempfänger war. Und warum? Zu unserem Glück, denn der Befehl zum Rückzug nicht zu kommen wäre. Warum geht er davon aus? Dann hätte es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine menschlichen Überlebenden gegeben, Tanja. Bisher wurden insgesamt vier tote Wachen gezählt und identifiziert. Acht weitere befinden sich noch in Behandlung. Die Eindringlinge werden nach komplizierter Rekonstruktion in wenigen Minuten bildlich dargestellt werden können, nachdem ihr Sichtschutz zum Schluss hin merklich nachgelassen hat. Hm, was meinen Sie, Professor? Sichtschutz, Menschengesichter, Superkräfte. Das klingt doch alles nach einem ähnlichen Serum wie die, die Sie machen. Hör auf, Jan. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glatt an... An Zweistein denken? Nein, Laura. Endlich wird er genannt. Selbst wenn er wieder einmal einen Weg aus dem Gefängnis herausgefunden hätte. Dies ist nicht sein Stil. Wie lange ist der denn im Gefängnis? Es muss jemand anders dahinter stecken. Und wir werden herausfinden, wer dieser andere jemand ist. Meinen Sie nicht, Professor, wir sollten jetzt endlich General Vorbett informieren? Ich fliege ohnehin morgen früh zu ihm, um mit ihm und General Grimes ein neues Serum zu testen. Dann werden wir alles besprechen. Wir fliegen. Im Moment bin ich ganz froh, hier nicht schon wieder seine Panzer in Stellung fahren zu sehen. Wache geschlachtet. Haben Sie vielleicht schon eine Vermutung, wer hinter dem Überfall stecken könnte, Professor? Ich habe allerdings einen Verdacht, Laura. Die Menschengesichter der Tiere, sie sind alle gleich und sie erinnern mich an jemanden, den ich einmal gekannt haben muss. Die Menschengesichter sind alle gleich? Aber sie sind nicht alle gleich. Nein, sind sie nicht. Aber es fällt mir schon wieder ein. Nicht gleich. Warum kam denn das jetzt her? Ich wette, das hier wurde gezeigt, bevor das mit dem Menschengesicht dann festgelegt wurde. Aber das wurde jetzt zum ersten Mal gesagt, dass die überhaupt gleich aussehen. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Doch, das würde bedeuten, dass er sein eigenes genetisches Material benutzt und in die Tiere ein... Das schon, ja. Das könnte auch etwas sehr Perverses implizieren. Nein, er hat das Serum zu 80% in die Spritze gefüllt und für den Rest einmal kurz bei sich eingesteckt. So ist das passiert, 100%ig. Okay. Wie würdest du einen Rhinoceros bezirzen? Oder Schlangen. Geht das in den meisten Fällen nicht einfach, dass du dir um die entsprechenden Körperstellen Schokolade drum schmierst oder so? Ja, was sie halt mögen, Bambus. Ja, weiß ich nicht. Kokosfett. Ich hab nicht mal eine Ahnung, was sie essen. Ein bisschen in Kokosfett tunken und dann geht das schon. Eine tote Maus. Nur noch eine Frage. Diese 77 Schlangen. Zwei Fragen eigentlich. Ne, 77-fach, das hab ich auch nicht ganz. Frag gerne. Also ich hab auch nicht zwei Fragen. Die drei, vier Schlangen, die erschossen wurden. Heißt das also, der Frau fehlt dann wieder was? Also anteilig. Die linke Titte, ja. Nein, oder Namen, oder hier so ein Fetzen. Man weiß es nicht. Das ist die eine Frage und die andere, also war es eine Schlange, oder mit denen er sich gepaart hat, oder sein Genom gekreuzt, oder mit 77? Ich mein, was ist der Gedanke dahinter? Nur ein Wahnsinniger würde das so machen. Ich würde vielleicht fast sagen, es waren mehrere Schlangen, die sich aber dann zusammengeschlossen haben zu Schlangen Incorporated. Schlangen, ja. Als Gewerkschaft, das war eigentlich mehr. Sie haben eine Wahl getroffen und gesagt, okay, lass uns so einen Menschenkörper zusammen machen, ne? Und wir protestieren. Das macht aber Sinn. Also das, die 77 Schlangen sind vom Volumen wahrscheinlich ungefähr ein Mensch, oder sowas. Und dann können die sich zusammen und wieder auseinander, das ist ja eine coole Fähigkeit. Ja, aber dann, wie gesagt, da sind ein paar gestorben jetzt, sind ja weggelasert worden. Irgendwo fehlt was. Ja, zumindest jetzt so ein Klumpfuß, oder irgendwas. Aber das war beim T1000 ja auch ähnlich, der hat ja auch was verloren auf der Straße und das hat ja auch keinen interessiert. Bei 77 Schlangen, aber... Der ist bestimmt minimal kleiner geworden. Es ist eine ungerade, es waren 1,60 Meter da. Ist eine ungerade Zahl, das heißt entweder dieser Schlangenmensch, Schlangenmensch-Konglomerats hat einen Klumpfuß oder irgendwie sowas gehabt, weil du brauchst ja mindestens eine gleichmäßige Anzahl an Schlangen, ne? Um Menschen zu erstellen. Ach, ist das so? Oder nicht? Oder ist das... Naja, du meinst, du hast 76 Schlangen, die den Menschenkörper bildet und eine ist dann zuständig wie... Nein, die hebe ich mir auf. Wo du hinkommst, weiß ich. Ja gut, ey, wir werden es jetzt nicht mehr lösen, aber ich wollte die Fragen mal in den Raum werfen. Auch für die Autoren, die vielleicht... Also, auf jeden Fall die eigenen Gesichter von Benny Brain, ja. Ist eine nette Idee, aber das hätte man dann, finde ich, schon auf dem Cover irgendwie einfach... Naja. Ja, gut. Ist das jetzt eigentlich schon das Ende? Also, ich bin gespannt. Das kann nicht das Ende sein. Da muss nochmal... Irgendwas muss doch noch kommen. Da kommt noch was, ja. Das kann nur die Mitte sein. Karpender. An diesem Tag bleibt alles ruhig. Die beim Überfall durch die Tiermenschen verletzten Wachen und Mitarbeiter haben zum Glück keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Es gibt keine weiteren Toten. Die gravierendsten Zerstörungen können behoben werden. Am anderen Vormittag bricht Professor Futura mit Lara zum Armeehauptquartier und den generellen Forbitt und Grimes auf, während Jan Senior und Laura schon zu einem anderen Ziel unterwegs sind. Jan Junior und Tanja halten derweil im Institut die Stellung. Und du meinst wirklich, Jan, dass dieser... Wie hieß er nochmal? Brain, Laura. Dr. Benjamin Brain. Ist schwer zu merken, nur Name, Laura. Heißt Gehirn. Ist eine solche Kapazität? Und wieso habe ich dann noch nie... Nein, das ist ein Name! Eine Kapazität möchte er schon sein. Benjamin heißt Benjamin. Aber nur bis zu einer Verhinderten gereicht. Brain besitzt, wie unser Professor ganz am Anfang, ein eher kleines Laboratorium, in dem er Experimente anstellt. Vor allem mit Tieren aus seinem kleinen Privatzoo. Privatzoo? So richtig mit Raubtierkäfigen und zum Beispiel Nashörnern? Bingo, Laura. Und bevor du weiter fragst, ja, er hat immer wieder versucht, aus dem Reservoir dieses Tierbestands mithilfe von Seren Tierwesen zu erschaffen, die in der Lage sein sollten, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Mit Seren wie unser Professor? Er hat als nicht mehr ganz junger Student sogar Vorlesungen von Futura besucht und gierig alle neuen Erkenntnisse in sich aufgenommen, bevor er selbst begann, Experimente mit Seren anzustellen, die aber allesamt gescheitert sind. Er wollte immer wie Professor Futura sein, nein, sogar besser werden. Und das soll ihm ausgerechnet jetzt gelungen sein? Vielleicht werden wir es gleich wissen, wir sind da. Dort unten steht er und winkt uns schon. Dieser, dieses kleine Hutzelmännchen? Genau das. Aber das kleine Hutzelmännchen. Er ist unsere dritte Adresse, mit der wir uns für heute verabredet hatten. Und nach ihm gibt es noch einige andere. Also gut. Ich hatte nur die ganze Zeit eine andere Erscheinung im Sinn. Also einen anderen, größeren Mann mit... Ich glaube, jeder von uns hatte schon mit zwei Steinen gedacht. Aber das ist nun wirklich unmöglich. Wieso? Nein! Vielleicht, genau, vielleicht steuert zwei Steinen aus dem Knast heraus Benjamin Brain, der die Tiere steuert. Er muss, weil sonst hätte dieser Brain, der hätte es doch nicht selbst schaffen können, den Durchbruch, ne? Mit der Serientechnik. Ich denke, der Zweifel hat ihn gehofft. Aber ein bisschen Hilfe für Jan Tenner. Ah, ja, ja. Ich grüße meinen hohen Besuch, den leibhaftigen Jan Tenner und seine äußerst charmante Partnerin Laura. Sie machen uns verlegen, Dr. Brain. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Und die Zeiten, als Laura und ich Westland und das Weltall unsicher machten, sind 30 Jahre her. Ist es nicht tragisch, Mr. Tenner, wie schnell doch die Zeit vergeht? Doch wie ich hörte, haben Sie beide eine sehr wohlgeratene Tochter und einen... Nun ja... Einen jungen Heißsporn von Sohn. Aber ganz im Gegenteil, Miss Laura. Einen Helden wie seinen Vater. Ich habe natürlich bereits vernommen, was im Forschungsinstitut meines geschätzten Kollegen Futura vorgefallen ist und kann Ihnen nur... Kann Ihnen nur... Doktor, Sie dürfen sich doch nicht aufregen. Hier, Ihre Medizin. Schnell. Oh, danke. Es geht schon wieder. Meine Ärzte haben mir... Aber darum geht es jetzt nicht. Dies hier ist meine treue und unersetzliche Assistentin Tamara. Hallo Tamara. Guten Tag. Sehr angenehm, Tamara. Tamara stammt aus Ostland. Vor ihrer Flucht mit ihrem Vater, der im Kugelhagel gestorben ist, wurde ihr das Gehirn ausgebrannt. Er ist alles, was ihr noch an Erinnerung geblieben ist. Wie schrecklich. Also stimmt das, was man sich von Ostland erzählt. Hier auch nicht gerade. Bitte sprechen Sie nicht davon. Aber Sie haben doch keine Erinnerung mehr. Ich. Ich. Sehen Sie nicht, was Sie anrichten, Mr. Tanner? Sie ist ein Trill, glaube ich, oder was? Weißt du? Sie sind Beyond. Und ich wollte Ihnen bereits meine Hilfe bei der Suche nach den dreisten Einbrechern und Mördern. Gehen Sie jetzt. Wenn wir Ihnen helfen können, lassen Sie es uns wissen. Wir danken Ihnen und bitte entschuldigen Sie, Tamara. Doktor, lassen Sie es uns sofort wissen, wenn Sie die Übeltäter gefunden haben, Mr. Tanner, Miss Laura. Immerhin könnten wir ja die Nächsten auf Ihrer Liste sein. Auf jeden Fall, Doktor. Versprochen. Dabei eine Frage hätten wir noch gehabt. Ja, Mr. Tanner? In Ihrem berühmten kleinen Privatzoo gibt es da auch einen großen Gorilla oder einen Tiger oder einen Löwen? Es ist ein Zoo. In jedem Zoo? Ja, du Schlaumeier. Haben Sie vielleicht sogar Affen? Ja? Und Zebras? Jan Tanner und Laura entgeht der schnelle Blick nicht, den sich Dr. Brain und seine überaus resolute Assistentin Tamara auf Jans Frage hinzuwerfen. Auch Ihre Antwort, dass es sehr wohl die beschriebenen Tiere in Ihrem Zoo gäbe, sie sich aber im Rahmen gesundheitlicher Vorsorgemaßnahmen seit zwei Wochen in strenger Quarantäne befänden, klingt nicht sehr überzeugend und wie vorher abgesprochen. Zur gleichen Zeit im Armeehauptquartier von General Forbitt. Also schön, Professor, dann will ich noch einmal Gnade für Rechte gehen lassen. Aber das nächste Mal alarmieren Sie mich, wenn wieder eine Horde von Bestien mit Menschengesicht Ihr Institut überfällt. Mich wundert, dass Ihr Schutzschirm Sie nicht aufgehalten hat. Er war nicht aufgebaut. Wir können ja nicht Tag und Nacht mit einem Panzerbataillon rechnen, dass es auf Befehl eines gewissen Generals zu Schutt und Asche schießen will. Ihr habt fucking Bewegungsmelder. Ich denke, wir haben dann alles geblägt. Ich danke für das neue Serum, das meine Soldaten für die Dauer von Minuten in Gummi-Menschen verwandeln kann. Was wir noch genau brauchen können, die sich durch jeden kleinen Spalt einer feindlichen Stellung hindurch zwängen können. Und das wird vielleicht bald schon kriegsentscheidend sein können. Denn immer noch liegt ganz Ostland unter einem gigantischen Schirm, der weder optische, noch akustische, noch energetische Signale durchlässt. Professor und Lara, ich habe General Grimes jetzt offiziell zu meinem Stellvertreter ernannt. Unseren Glückwunsch, General Grimes. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Ja, eigentlich. Das ist eigentlich sein Job. Ja. Das ist dahinter, der Schatten. Assistent General Grimes. Achtung. Hinter dem Professor. Aber das ist... Oh, Falkenfrau. ...waren Männer in Stellung und auf mein Kommando. Nicht General. Das hat Professor Futura gehört. Es hat seine Fänge in seine Montur geschlagen und... Es riecht mit ihm ab. Einiges Kanonenrohr. Der Professor wird entführt vom Vogelmenschen. Das gibt's doch nicht. Dann nehmen Sie nichts. Lara, General. Es ist eindeutig das Vogeltier mit dem Menschengesicht aus dem Institutspark. Haben wir es wieder mit dem unheimlichen Gegner zu tun, der mit seiner Tierarmee das Forschungsinstitut überfallen hat? Der Professor wehrt sich nicht. Wahrscheinlich hofft er ins Hauptquartier des oder der geheimnisvollen Unbekannten entführt zu werden. Und uns von dort ein Zeichen geben zu können. Wir brauchen eine Schlachtfahrt. Rufen Sie Jan und Laura. Wenn ich es so mache, meine ich euch. Sie sollen auf der Stelle herkommen. Und Jan und Tanja. Und Tanja? Ich meine, sind wir nicht auch schon stark genug ohne sie? Wir sind über 30 Jahre lang ohne sie ausgekommen und... Jan und Tanja, Lara. Das ist ein Befehl. Ich bin kein Angehöriger der Armee und muss mir daher von Ihnen auch nichts befehlen lassen. Nee! Wir alle haben schon mitbekommen, dass Sie und Tanja in diesem Leben kein Liebespaar mehr werden, Lara. Ich behaupte das Gegenteil. Aber hier geht es nicht um Ihre persönlichen Befindlichkeiten, sondern um das Leben von Professor Futura. Und vielleicht noch sehr viel mehr. Also gut, meine Herren. Aber auf Ihre Verantwortung. Das wurde auch Zeit, mein Fräulein. Sie... Sie hat mir gerade den ausgestreckten Finger entgegengehalten, Grimes. Ist das ein geheimes, vielleicht subversives Zeichen? Ich bitte darum, die Aussage hierzu verweigern zu dürfen. Kommt drauf an, welchen Finger? Ja, das ist sehr gut. Das mag ich. Den Pant mag ich sehr. Ihm nehme ich es auch ab, dass er keine Ahnung hat, was normale Menschen machen. Der einzige Geste, die er kennt, ist salutieren. Salutieren? Und zeigen, dass da bombardieren. Professor Futura, der sich nicht gegen seine Entführung gewehrt hat, ist in dessen nach rauschendem Flug über halb Gravel hinweg in einem weitläufigen Gelände am Stadtrand von dem Riesenvogel abgesetzt worden, der sich daraufhin wie in Luft aufgelöst hat. In die Luft hat er sich. Der Professor wird bereits erwartet. Eine junge, überaus muskulöse Dame nimmt ihn in Empfang und führt ihn in ein Besucherzentrum des kleinen Zoos, in dem er sich nun befindet und von dem er bisher nur gehört hat. Sie injiziert ihm mit eisernem Griff ein Serum, um angeblich seine durch den Flug in großer Höhe verlorenen Sauerstoffreserven wieder aufzufüllen. Tatsächlich fühlt er sich fast im gleichen Moment bereits besser, ja fast beschwingt und um viele Jahre jünger. Welche Ehre, Sie auf meinem bescheidenen kleinen Privatanwesen begrüßen zu dürfen. Mein lieber und überaus verehrter Kollege, Professor Futura. Ich kenne Sie. Aber natürlich, Sie sind doch Benjamin Brain. Ja genau, einer meiner treuesten, aber auch aufsässigsten Schüler. Aber ich bitte Sie, lieber Professor, wer sonst aus einer Kapazität wie Sie dürfte wissen, dass nur durch wissenschaftlichen Diskurs wahrhaftig Fortschritte erzielt werden können. Wie wahr, wie wahr, Herr Kollege. Oh, jetzt weiß ich auch, an wen mich die Tiere erinnert haben, die mir gestern einen Besuch abstatteten. Nicht wahr, Herr Kollege. Sind meine Lieben mir nicht gut gelungen? Darf ich denn fragen, an welchem neuen Projekt Sie gerade arbeiten? Aber natürlich dürfen Sie, verehrter Kollege. Ich hatte sogar gehofft, dass Sie mir diese Frage stellen würden. Ein kurzer Moment, ganz kurz. Ich bin nicht wohl. Ich höre gleich auf, aber ich will kurz noch mal eine Sache. Der, hier, der Brain. Ich glaube, das ist der Sprecher von dem Ferengi Quark aus, hier, Deep Space Nine. Es ist aber nur, weil ich das gerade gucke, vielleicht bilde ich es mir nur ein. Aber es ist schon so lange her, dass der auch anders klingen kann heute. Lass mal hören, die Stimme müsste ich erkennen. Achtet mal drauf. Ja, aber denkt dran, dass es halt schon auch wieder 30 Jahre her ist. Also der Mimo klingt auch nicht mehr wie Mimo. Da waren ein paar Stangen Palmall dazwischen. Palmino. Ja, lass laufen, ich versuch mal drauf. Assoziation hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Achtet mal drauf. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bilde ich es mir ein. Aber ich höre jetzt auch auf. Mal checken parallel. Jetzt sehe ich die ganze Zeit einen Ferengi da. Und was haben Sie mit Ihren Beinen gemacht? Das ist die Aufregung über so prominenten Beinen. Das war ein bedauernswerter Betriebsunfall. Bitte kommen Sie zum Punkt, Doktor. Das Zeitfenster zum Transfer in den Robotkörper steht nicht ewig. Und Ihr Zustand beginnt sich schon wieder zu destabilisieren. Sofort, Tamara. Professor Futura. Wenn ich nun Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf diesen Herrn dort vor den diversen Computer-Terminals lenken dürfte. Sie meinen... Aber das ist doch ein Roboter. Ich muss staunen, Doktor Brain. Ein großer und kräftiger Androide. Wie ein kräftiger Androide. Oh. Sie meinen wohl Herkules? Er ist mir ebenfalls gut gelungen, oder? Doktor, ich ermahne Sie zum letzten Mal. Tun Sie endlich Ihre Pflicht? Sofort, Tamara. Bitte fahren Sie die Geräte hoch. Wer ist diese bezaubernde junge Dame, Doktor? Sie scheint einen nicht unerheblichen Einfluss auf Sie zu haben, also. Hihihi. Fühle ich mich seltsam. Das ist ein Irrtum, Professor. Ich meine es nur gut mit ihm. Ja, genau, Professor. Also, um Ihre Frage von vorhin zu beantworten. Ich werde Sie nun mittels eines Serums in einen Zustand versetzen, in welchem Ihr Körper abstirbt. Ihr Gehirn ist noch... ...erhalten bleibt. Dieses werde ich mit meinem ebenfalls neu entwickelten PGT-Verfahren in jenen Androiden-Körper dort transferieren, der bereits Ihre Bewunderung fand. Hm, das klingt... ...klingt interessant, Dr. Bray. Echt wahr? Und was noch besser ist, einmal in diesem neuen Körper werde ich die volle Kontrolle über Ihr Gehirn haben und damit über alle Ihre Gedanken und Erinnerungen und mit Ihren Erinnerungen auf Ihre Formeln und Sehren. Oh. Meine Tiere nicht schaffen, muss ich nun leider selbst in die Hand nehmen. Sie sind mir doch deshalb nicht böse, verehrter Kollege. Aber ganz im Gegenteil, Dr. Bray. Ich bin angetan von dieser neuen Erfahrung. Welchem Menschen ist es denn schon, vergönnt sich einmal wie ein Roboter, bewegen und fühlen zu dürfen? Herrlich! Hihi! Dass das Serum willenlos machen sollte, wussten wir ja. Aber gleich so neben der Spur... Wie mein, verehrte Kollegin? Ich bin nicht Ihre Kollegin und verehrt schon gar nicht. Aber das wird auch gleich keine Rolle mehr spielen, denn Sie werden nichts Menschliches mehr fühlen. Sie werden nie wieder irgendetwas fühlen. Tamara, ich muss doch sehr bitten. Immerhin töten wir nicht irgendeinen Menschen, sondern einen bedeutenden... Einen bedeutenden Wissenschaftler. Mit dessen im Robot-Gehirn gespeicherten Wissen, Sie seine Stelle einnehmen werden, Dr. Brayne. Die Geräte zum Hirntransfer sind gleich hochgefahren. Injizieren Sie ihm jetzt das Serum. So ist es, Tamara. Und mehr als das. Ich werde die Welt beherrschen. Westland wird in atomarer Glut vergehen und ein neues Zeitalter wird anbrechen. Das Zeitalter des neuen Menschen. Des Homo Universalis. Wie führt mir... Er kommt zu sich, Doktor. Die Wirkung des Serums lässt nach, weil Sie viel zu viel geredet haben. Keine Parlektoren. Ich habe alles im Griff. Großartig. Sind Sie. Injizieren Sie jetzt das Transferserum. Ja, ja. Doktor, die Injektion. Und was tun Sie? Sie wissen, welche Strafe auf Versagen steht. Ja, ja. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Ich bin der Kitzelig. Jetzt injizieren Sie schon. Sofort, Tamara. Halten Sie still, Doktor. Lassen Sie mich. Ihre Zeit ist abgelaufen. Nein. Lassen Sie das. Heben Sie nicht, Brayne. Machen Sie. Nein, nein. Nein, nein, nein. Flucht der Karibik. Also, versuch die Gedanken vom Futura auf sich zu übertragen, damit er super mega schlau wird. Ne, aufs Computergehirn und das will er dann benutzen. Okay. So. Ja. Es ist zwar noch nur ein Verdacht, dennoch ihr einziger Anhaltspunkt. Als die beiden Jans, Laura und Tanja von General Forbit über die Entführung von Professor Futura informiert werden, injizieren sich Jan Junior und Tanja auf der Stelle ihre stets mitgeführte Notration Flugserum. Aha, jetzt hast du dein Handwort. Immer eine dabei, mindestens. Warte, hat er den Stiefel? Im Po. In den Zehen. Wie viel hat man 24, 10 oder so, für diese Fischineserien? In jedem Zahn, was anderes ist. Na, das Roboter aus Ostland, irgendwie sowas. Zwei-Stein ist in Ostland. Das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Zwei-Stein ist in Ostland. Aber war es nicht so, dass der Sprecher von Zwei-Stein verstorben ist? Da sind ja viele. Der wird, glaube ich, nicht mehr kommen, ne? Mach ich. Und? Oh, Empfangskomitee. Pass auf dich auf, Jan. Nein, lassen Sie das. Jan, kump' Sie. Halten Sie durch, Professor, ich komme. Jetzt geht's los. Verdammt! Injizieren Sie, Doktor! Schnell! Ich halte ihn auf! Geben Sie auf, Doktor! Jan! Zum Glück. Lassen Sie den Professor los und weg mit der Spritze! Passen Sie auf, Jan! Du hast hier überhaupt nichts zu sagen, kleiner Bastard! Passen Sie auf! Hey, das ist aber gar nicht nett! Halt Sie auf, Tamara! Ich tut weh! Schneide! Soll es auch! Und dies hoffentlich auch! Du hast dir Fäuste aus Stahl! Du bist kein Mensch! Ah! Cyber Tamara! Der nächste Heap wird dir den Kopf zerschmettern! Stirb, Jan Tenner! Ich gebe nicht auf! Ich helfe Ihnen, Jan! Was? Ah! Er hat sich befreit, der... Hier, meine Genesungswünsche, Doktor! Er hat... Er hat mir den Leib getreten! Den Leib, was? Nein! 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 Ah! Ist der Leib nicht der gesamte Körper? Müsste man nicht Unterleib sagen? Was ist mit dir, Professor? Sie knickt ein wie, wie... Eine Puppe, der der Saft abgedreht wurde! Ich habe einfach den Hauptschalter am Terminal deaktiviert, aber... Aber nun... Sie haben nicht nur den Alarm ausgelöst, sondern auch eine Selbstzerstörungsanlage! Und überall schießen die Flammen! Wir müssen hier raus! Und gibt es überall eine Selbstzerstörungsanlage! Und einen Schalter, der einfach alles... Mit Verlaub, Professor! Aber Ihre und meine Haut sind mir jetzt wichtiger! Jan! Professor! Tanja! Vater! Mutter! Wie geht es euch? Meine Güte, was ist hier nur passiert? Ein Inferno! Wir sind noch rechtzeitig gekommen! Wir müssen weg! Hier bricht gleich die Hölle los! Die Soldaten des Generals schießen mit Betäubungsgewehren! Die Gefahr durch die Raubtiere ist so gut wie gebannt! Trotzdem können sich noch einige herumtreiben, also Vorsicht! Explodiert jetzt der ganze arme Zoo und die Tiere? Das Besucherzentrum stürzt ein! Benjamin Brain und seine Assistentin sind verloren! Benjamin Brain und ein Stück Stahl, meint sie, Professor! Ja? Die Dame ist eine Androide! War ja eine Menschung! Auf einer Skala von 1 bis 10! Wie sicher bist du dir da? 7,5! Vielleicht 7,6! Boom! Ja, und Tiere! Und so! Mhm! Tatsächlich wird nach der Schussbrandes durch die rasch eingetroffene Feuerwehr in der Asche des Besucherzentrums nur eine verkohlte Leiche gefunden. Die eines kleinen, schwächlichen Mannes mit einem verkrüppelten Bein. Vom Korpus seiner angeblichen Assistentin Tamara fehlt, genau wie von dem für Professor Futura vorgesehenen Robotkörper, jede Spur. Der Professor und seine Begleiter kehren ins Forschungsinstitut zurück, um dort die Geschehnisse genau zu analysieren. Sie wissen nun, dass sie den Überfall Dr. Brain zu verdanken hatten, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, Futura aus dem Weg zu schaffen und selbst seine Stelle einzunehmen. Oder gab es gar noch ganz andere Pläne, in denen die Androidin Tamara eine zentrale Rolle spielt? Einen Aufschluss hätte der kurze Ausschnitt eines Gesprächs bringen können, das etwa zur gleichen Zeit an einem noch unbedeutenden Ort knapp außerhalb Westlands stattfindet. Und Doktor, sind Sie zufrieden mit Ihrem neuen Körper? Mehr als das, Tamara. Jede Bewegung dieser stählernen Glieder fühlt sich an wie eine Wiedergeburt. Was für eine Schande wäre es gewesen, einen solchen Korpus an Futura zu verschwenden. Und Ihr Gehirn, Doktor? Haben Ihr logisches Denken, Ihre Erinnerung und Ihr Wille unter dem Transfer gelitten, den ich im letzten Augenblick und mit letzter Batterie... Wir haben es uns schon so gedacht. ...bevor um uns herum alles zusammenbrach. Aber nein, Tamara, ganz im Gegenteil! Was meinen Sie damit, Doktor Brain? Auch mein Gehirn, mein Geist, mein Bewusstsein war in meinem alten Körper eingeengt. In wenigen Jahren wäre das alles abgestorben. Doch nun... Ja, Doktor? ...nennen Sie mich nicht mehr Brain und auch nicht Doktor! Aha. Wir werden zurückkehren, wenn dieser Parasit Futura und seine Clique sich sicher fühlen. Und ich werde nicht nur Futura für alle Zeiten auslöschen. Sie klingen jetzt fast wie... Zweistein! Professor Zweistein, der auch glaubte, Futura, Tenner und Forbett besiegen zu können. Ach komm! Ach was, Zweistein! Sie scheinen noch nicht zu begreifen, welche Großtat Sie mit dem Transfer meines Gehirns in den neuen Körper vollbracht haben. Er sagt nicht drei oder vier Steinen jetzt. Und dann bin ich nicht mehr Doktor Brain. Oh Gott. Nicht nur der Meister meiner alten und neuen Kreaturen. Ich hab Angst. Ich bin... ...das... ...Hirn. Oh Gott! Kommt! Das ist das Hirn! Das ist diese Welt, Mann! Ja, das ist eine Schärfung! So ein Aufbau für das Hirn! Oh Mann, ey! Jetzt ist er deutsch halt, ne? Jetzt ist er eine Kartoffel. Das ist so ein typischer Reboot, ne? Erst nicht Benjamin Brain 2, sondern jetzt Reboot The Brain. Ja, das Hirn. Ja. Wollte grad sagen, im Englischen Original, aber sowas gibt's ja gar nicht. Ey, ich hätte bei Dreistein jetzt echt gelacht und hätte gesagt, ich akzeptiere das. Ich war mir fast sicher, ich wollte fast mitsprechen, Dreistein. Das Hirn! Ich habe eine Subroutine aktiviert und jetzt bin ich Dreistein! Ey, mal gucken, was da noch passiert. Aber irgendwas mit Zweistein wurde jetzt zweimal schon genannt. Da muss doch noch was kommen. Vielleicht wollen sie ihn auch connecten, nur mit Zweistein. Ich denke einfach wirklich, dass irgendwo müssen die Androiden hierher kommen. Und wir haben ja gehört, über Ostland ist ein undurchdringlicher Schirm, wo keiner durchgucken kann. Also weiß man nicht, was in Ostland passiert. Wenn da Zweistein, wie auch immer, aus dem Gefängnis rausgekommen ist und da eine Androidenarmee aufbaut. Aber wenn, muss er im Gefängnis eine Robotervariante von sich noch haben? Weil sonst würden die ja alle wissen, dass er entkommen ist. Das wäre cool, dass im Gefängnis dann noch so, sie gehen Zweistein im Gefängnis besuchen und da sagt er, oh, meine Batterie ist gleich leer. Jan Tenner? Irgend so was. Er verhaspelt sich und erzählt es aus Versehen. Jan Tenner speifelt. Spricht in binär. Oh Mann. Oder so. 1, 1, 0. Ich meine, hallo, Jan Tenner. Ey, aber auch, dass dieser Benjamin Brain, er hat diesen Roboterkörper gehabt, hat sich da aber nicht transferieren lassen, sondern wollte Futura den geilen Körper geben. Obwohl er am Sterben ist, das war null durchdacht. Also, das war echt eine blöde Idee. Warum hat er nicht zwei gebaut oder den, naja, egal, wir werden es nie erfahren. The Brain. Das sind, genau, wir sind zu dumm dafür. Oh, aber was würde ich dafür tun, zu zweistens lachen, nochmal zu hören. Ach, das wäre toll, ja. Sie brauchen ja nur ein paar Sounds, der muss ja gar nicht viel sagen, der zwei. Der muss eigentlich nur von hinten immer ein bisschen lachen, das reicht schon. Wenn sie jetzt nicht einen neuen Sprecher haben oder das so synthetisieren können, dass sie von den alten Voice-Clips das übernehmen. Ich fände es auch okay, wenn sie halt einen Sprecher finden, der das irgendwie channeln und machen kann. Die haben sie jetzt auch für Vorbild und Futura, glaube ich, auch gemacht. Genau. Wenn es nicht geht, dann... Haben sie das nicht bei South Park gemacht mit Chefkoch, als der ausgestiegen ist? Also, das geht doch alles. Aber es war kurz rum. Oh, da fällt er hinten durch hier in die Gletscherspalte rein. Oh nein, my chocolate's off the walls. Oh Gott, die Folge, ich werde es nicht vergessen. Gut, lass uns das ändern, Herr. Ja, das war... Wie sage ich das jetzt? Das war's. Mir geht es doch weiter. Geht es doch eine Minute. Ich hätte schwören können, das war's. Ich werde ihnen zuerst bestand zu Füßen legen und dann... Doktor! Wie meinen? Hirn! Wie meinen? Ihr Hirn tropft raus. Bitte, tun Sie das nicht. Bitte hören Sie auf. Ah, 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 Sie... Sie brennen mich aus. Ah! Wie meinen? Mein Hirn. Kein Wort weiter über... Sie wissen schon. Noch nicht. Was? Sie wollen Ihrem Hirn vorschreiben. Was? Aber nein, mein Hirn. Dann lassen Sie mich jetzt allein. Mein Hirn. Mein Hirn. Mein Hirn. Jawohl, mein Hirn. Das ist cool. Wenn Sie mich brauchen, mein Hirn. Ja, ein bisschen oft. Ja, doch, ähm, mein Hirn. Ja, ist gut. Auch Ihre zweite Körpermaske steht Ihnen ausgezeichnet. Ein Glück, dass Sie sie ebenfalls noch retten konnten. Ah, okay. Und jetzt, wo wir beide künstliche, starke Körper haben, denken Sie nicht einmal daran. Wir brauchen Sie mehr als einmal. Wie meinen? Wildes Roboter-Bumsen. Hören Sie auf. Ich, ich mache, was Sie von mir wollen. Wie meinen? Ekelhaft. Ich erwarte Ihre Befehle. Mein Hirn. Das ist keine schöne Szene, ey. Ja, jetzt lachen ist okay. Ein bisschen. Ist okay, ist okay. Was ist da gerade passiert? Zumindest mit der letzten Szene gibt der Name der Folge Sinn. Nicht wie beim letzten Mal. Also jetzt, weil die ganze Zeit war ich schon wieder, das war so abstrakt, der Folgenname. Aber jetzt ist er, der Hirn. Er ist Hirn des Bösen. Müssen wir nicht irgendwann mit jedem Satz meinen Kretsch mal sagen? Doch davon ahnen unsere Freunde noch nichts. Vor allem General Forbitt. Was ist denn von dem? Es gelang, alle laufenden Tiere des Privatzos bis auf die unerfindbaren Sätze wieder einzufangen und einzusperren, die an dem Überfall auf das neue Institut beteiligt waren, geht davon aus, dass Dr. Brain bei dem Brand ums Leben gekommen ist. An diesem Abend aber erholen sich Jan und Tanja in Jans Studentenbude bei einem alten Kinofilm, den der Senior aus seiner Sammlung mitgebracht hat. Seitdem hängt über Tanjas Bett ein großes Poster von einem gewissen Johnny Weissmüller als Tarzan, dem Herrn des Urwalds. Doch bald haben Jan und Tanja und ihre Freunde ein neues, gefährliches Abenteuer zu bestehen. Denn bei einem Probeflug mit dem Zeitraumschiff Silbervogel verschlägt es sie in ein anderes Universum. Ja! Und sie werden Gefangene der Parallelwelt. Oh, it's space time! Endlich! Das Zeitraumschiff Silbervogel! Du wolltest aber nicht zu weit noch mehr in die Länge ziehen, aber auch wenn die wieder mal ein bisschen blöd war. Ich fand die auf jeden Fall spaßiger zu hören als die letzte Folge. Und der Halsam! Das ist einfach schön blöd. Aber ganz ehrlich, tut es Not, ein halbes Dutzend Tiere da am Anfang zu haben? Hätte es nicht auch einfach nur der Renot zu Rossmann getan oder sowas? Ja, ein Tier! Einer hätte gereicht, ja. Und dann musst du sie auch nicht eine halbe Stunde vorstellen, weißt du? Und nochmal vorstellen. Und nochmal, und nochmal zusammenfassen denn. Das war echt blöd! Und auch diese sinnfreie, jetzt hören wir auf mit dem Eingriff und müssen flüchten, damit einfach nochmal die Folge verlängert wird. Also das hab ich, also ich mein, die haben schon immer sehr komische finale Kämpfe gehabt oder so, aber in dem Fall fand ich das total zu wenig. Also es war echt underwhelming, weil mitten im, ne, die Kacke ist gerade erst so, hat angefangen zu dampfen und dann dieser Schalter und die Selbstzerstörung und also komisch. Manche Sachen in Westland sind eh ganz, ganz komische Marken sowieso, dass General Forbitt einfach, der andere General geht zur Seite und wird der Assistent des alten, wieder aufgetauchten Generals, sehr, sehr merkwürdig. Ja, der Sprecher hatte wahrscheinlich noch den alten Vertrag oder so. Ja, er hatte den alten Vertrag aus der Truhe da noch geholt. Und dass der komplette Zoo ist explodiert, also dass sie sowieso eine Selbstzerstörungsanlage haben im Zoo, okay, ist ein Labor mit dran, aber die ganzen Tiere, die nichts konnten, sind auch mit verkohlt und die haben keine einzige Silbe dazu gesagt. Ne, die haben sie gerettet. Das haben sie gerade noch gesagt, ja, alle Tiere, die nicht an dem Angriff beteiligt auf das Institut waren, wurden von den Soldaten General Forbitts gerettet. Okay, also wer hat das Selbstzerstörung, haben die dran gedacht, die Tiere zu retten? Ne, danach sind die Soldaten noch hingegangen und du musst dir das Labor von Brain so vorstellen wie so ein Disneyland, weißt du, er ist in der Mitte im Castle und hat verschiedene, das Airport ist zerstört und dann. Genau, er hat sein Zoo-Land, er hat sein Forschungs-Land, er hat sein, ich baue mir sexy, muskulöse Roboter-Land und da ist halt nur die Mitte explodiert, die Tiere konnte man noch retten. Da habe ich einen Tagespass. Wie teuer das alles ist, immer wieder neu bauen. Ja, aber jetzt haben die beide einen Körper und sie ist nun, jetzt hat sich der Spieß rumgedreht, sie ist nun der quasi Untertan von ihm wieder, was weird ist, weil vorher war es ja andersrum gefühlt. Sie war sehr dominierend. Und warum ist es jetzt anders? Als ob sie eine Agenda hat, die ihm so geführt hat. Aber er hatte ja diese... Man weiß es, man hört es nur, keiner weiß genau, was da passiert. Ich stelle mir vor, dass da so eine kleine Antenne rauskommt, so mit so einer Schüssel und sich so schnell dreht. Das stimmt, aber sie kommen nicht aus dem Kopf raus. Deswegen sehen sie sie auch nicht. Gut. Wow. Wir haben noch mehr Folgen, aber die gibt es ein andermal. Ja. Ich würde sagen, wir machen... Leute, das nächste Mal Up in Space, endlich geht's los. Okay. Ich finde es gut, dass sie auch so ein bisschen Lowland starten. Ich wollte schon fast sagen, so, warum gehen sie endlich in den Weltraum? Aber jetzt kommt's. Ab in den Weltraum, Mann. Weiß man gar nicht. Ich will die Hintergrundgeräusche hören. Vielleicht ist es einfach Westland 2 oder ist es halt Ostland. Ostland ist eigentlich nur eine Spiegelung von Westland. Und hoffentlich gibt es nicht so viele Dimensionen, wie sie da jedes Mal an Bösewichten auffahren oder so. Sonst wird's nämlich wirklich schwierig. Ja, letztes Mal, ich meine, im Alten gab's nur Zaytana und Zwei-Stein. Und hier gibt's immerhin schon zwei Leon. Okay, doch, immerhin drei. Na, mal gucken. Ich bin jedenfalls gespannt. Ihr hoffentlich auch. Nächste Woche geht's weiter mit der Folge 4. Ich weiß nicht mal, wie die heißt, aber sie wird sicher auch wieder richtig geil. Bis dann. Bis dann.